hier und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft so ich bin hier oft kriegen angefangen mit mit dem marktplatz weiter zu machen fertigzustellen wie ich noch vom urlaub wird jetzt nicht sie aber ich kriege ihn noch vor dem urlaub fertiggestellt hat ist richtig aber das war es dann auch so wir wollen jetzt hier den fertig machen habe ich keine mehr aber wir haben doch noch im ofen wahrscheinlich noch welche trennen gucken wir mal bei ihm komme ich ja nicht ran ich hab doch wo ist der ofen hier habe ich keine mehr das heißt wir müssen steine farben gehen oder wie hier ist ja alle voll schnee was hat er gemacht für die schnee männer der erstmal der typ war da ab jerry so haben wir hier nur ein toll dann gehen wir mal fahren dann wollen wir steine farben gehen das ist natürlich immer die beste freude die man hat die kann ich noch gleich noch ein paar machen weil wir brauchen die ziel ich hoffe ich weit komme dann schauen wir mal wo meine nase juckt ja was los muss ja auch erledigt werden oh man sieht was ich muss die lampen anmachen da muss ich mir auch noch unbedingt was kaufen das fester sieht man trotzdem ok das holo muss hinten runter ja schon wird nur leicht durch ne oder ja das geht so ich bin hier einmal hoch einmal anschmeißen ja da waren drei warum das nicht schneller geht ne ich muss ja noch ein bisschen warten so gibt hier die scheiße ich brauch die scheiße da war eine gute anlage gebaut muss ich sagen ja es ist ja auch einfach man er hat da oben pisten hingesetzt da übers lava die pisten gehen nach oben das wasser verbindet sich mit der lava und wird zu stein man könnte aber auch so redstone abbauen redstone sage ich schon ähm ja ehwisch schon obsidian obsidian ja ich glaub obsidian ne um dieses portal zu bauen wie viel haben wir denn schon hier aber immer noch zu wenig ich glaub das darf nicht treffen ja mit einer verzauberten spitzex könnte schneller sein so gib her die scheiße hallo was habe ich gesagt gib her die scheiße ja jetzt bin ich hier und so zahme cobblestone nützt ja nix ja meine frau freut sich schon auf den urlaub mein sohn auch mein sohn macht heute den gelb weißen gürtel also heute ist donnerstag morgen am freitag fahren wir also wenn die folge hoch kommt ist alles schon vorbei dann schauen wir mal koppelzonen kommen hier haben aber noch ein stack und heute oben drei stecks rein nehmen wir mal die nase hier so ja sonst sehen wir uns nach dem urlaub wieder in der ersten woche kommen da zwei drei video und der zweiten woche kommt gar nix aber das ist ja nun weil ich nicht vorprogrammiert habe ich mir gedacht habe heute naja ok nimmst du noch auf heute ist er donnerstag nimmst du noch zwei drei videos auf und fertig gestern habe ich noch mit jerry aufgenommen eins hatte ich dann noch gehabt also passt das schon einigermaßen ihr könnt mir ja mal unter die video schreiben was ihr denn so in den ferien gemacht habt soweit ihr ferien habt ne ich weiß ja jedes bundesland hatte ja anders ferien ne und dann schauen wir mal ich werde den marktplatz auch aufskriegen zu ende machen und das ist nur noch die eine folge die ich aufnehme ich werde euch auch einen link drunter setzen damit ihr seht wo der marktplatz herkommt oh wunderbar das sieht doch gut aus dann können wir auch wieder gehen oh ah ok nicht connected für mich er hat aufgelassen wunderbar ja und dann schauen wir mal also der hat den marktplatz drinnen der hat die windmühle drinnen die ich baue und er hat auch noch ne das haus nicht das habe ich mir so aus dem internet raus gesucht das habe ich mir eine vorlage geholt und versucht das jetzt einigermaßen nach der vorlage zu bauen also nach dem bild machen wir es hier lang ich habe ich alles weggenommen das sieht so aus ich lasse das hier als reserve kommt noch schöne sachen da brauche ich noch pisten habe ich nur ein ofen habe ich nur ein ofen so aus hatte ich eine 3 warte ich mache da noch ein dann noch zwei ok das reicht dann auch brauche ich nur kohle von unten kohle von unten wo ist der ofen da ist der ofen wieso ich habe da schon welche englisch selber sonderquatsch so jetzt gehe ich mal kohle holen von unten hier lang in meinem geheimen gang hä im geheimen gang der offen ist wie jedermann das können viele bei mir hier klauen naja die kommen aber wesentlich an die kisten aber die können das ganze gemüse klauen so ja die windmühle die werde ich nach links fertig bauen wenn ich wieder auf den urlaub bin habe ich hier keine kohle mehr ok ich muss ja auch hier gucken jeder passt wieder hoch kohle rein und fertig ich habe euch noch was schaffe und nicht nur am stein gefahren bin und brennen hier ein stack und noch ein stack ja das sieht schon gut aus oh da können wir nochmal hoch gehen von den brauchen wir auch noch halt nicht von den von den da muss ich auch wieder fahren gehen gleich sind 40 ok 44 was ich habe sollte da wollte ich erstmal mit weit kommen oh da wollen wir uns auch nochmal wieder hoch steppen wenn man das sich vorher macht dann muss man sich hier hoch steppen das ist dann auf der höhe wie mache ich das wie waren das dann hier hier mache ich dann den hin ne ok jetzt habe ich genießt ja das muss ich gleich bauen wenn ich den hier fertig baue da muss ich gucken wie ich das mache dann fangen wir hier mit an das war richtig ne ja aber verkehrt ne richtig ein ein dann kommt noch einer rauf woher kommt der hin wie kommt die hin aah man oh man und dann ist ich runter gefahren wertvolles material Den hab ich hoch gesetzt. Ein tiefer Junge. Wo kommst du denn hier hin? Ja genau so. Dann kommst du hier hin. Du kommst dann hier hin. Dann kommst du hier hin. Ja genau so muss es sein. Die Wand wird hier so hochgezogen. Und ich hab wieder keine. Na toll. Aber wir müssen ja unten im Ofen ein paar drin haben. Oh ja. Das sind reichlich. Ja richtig reichlich. Ein Stack. Jetzt kommt das Schwierig. Seht die Ecke nämlich. So. Dann müssen wir noch bisschen her. Wir machen mal lieber Schiff. Alles wieder Abbau nachher. Ja natürlich wäre schön wenn man fliegen könnte. drin. Und. Und. Das war natürlich. Ja. Jetzt sehe ich natürlich die Uhrzeit nicht wie lange ich aufnehme. Ich muss mal kurz so machen. ein Video ist auch fertig. So. Wir sind jetzt bei 14 Minuten. Okay. das gefällt mir nicht. Nee kommt ja auch ein ganzes hin. Ja genau. So. Das müssen wir hier irgendwie um die Ecke kommen. Hey halt. Der ist ja verkehrt hier. Der muss doch an. Ne ist doch richtig. Na toll. So. Wo ist er. Da ist er. So. Wo ist er. da muss ich auch wieder welche holen und einsam feiler kommt da umkaufen wir gehen jetzt mal und dann machen wir die restlichen fünf hier mit rein ich bin schon bei 60 minuten aber egal jetzt ich habe vergessen ja noch mal runter nämlich die deswegen bin ich ja und um die auch zu machen 18 ok dann machen wir mal 34 24 das sollte auch noch ein bisschen reichen so dann hätten wir das auch ok nicht setzen dann machen wir das so so machen wir das ist ja schon mal saugen kann ich das abbauen und dann kann ich das hier nebenan hinsetzen halt die kann ich dann auch nicht mal hinsetzen ja genau so soll das sein ne die roten jetzt so damit da noch was machen wollte vernünftig aussehen das kann weg wir machen erst mal von innen alles und dann gehen wir nach außen ok hier krimischen stellen ich weiß nicht ob die anderen jetzt auch runter geht ob eine noch aber wir machen jetzt erst mal so hin und weiter runter gehen wir dann auch nicht weil das sieht dann nicht mehr schön aus machen wir das so und dann reicht das für die ecke ihn auch genau so ich bin gespannt wie weit ich komme heute wir sind auch schon wieder bei 19 minuten den Rest werde ich offscreen fertig machen natürlich ist das scheiße wo man nicht fliegen kann aber was soll's bis dann euer jojo 1968 ciao